Kann man denn nicht erwarten, dass man sich jedes kleine Detail hier merkt? Ich hab glaub wir erschießen jetzt mal Stealth. Stealth? Gibt's nicht in dem Spiel. Stimmt, das ist ein Action-Shooter, hab ich ganz vergessen. Action-Action-Action-Action-Action-Action-Action-Action-Action-Action-Action-Action. Nicht genau, weiter. Action-Action-Action. Ich bin entdeckt. Action-Action-Action-Action-Action! Die Flak ist wieder im Haus! Krab, da ist die Flak. Drrrrrr. Diese Feuerrate, diese Feuerrate, die ist so lächerlich. ich stehe wieder auf ich hab das Spiel vermisst irgendwie schon lass uns das einmal Steal Stealth machen ey Stealth 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 du darfst sogar Stealthen ich mach die Lichter aus Stealth 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 nein Lichter nicht ausmachen bevor der hier nicht da ist bevor er down ist ja die anderen werden dadurch auch alarmiert ne ich weiß aber die kommen jetzt in den Nahkopf und dann kannst du die alle Stealthen ich stealth sie sowas von weil du so ein Stealfer bist ey ich stealth sie sowas von hinten ey anscheinend haben wir einen Eindringling Alter wir starten hier den dritten Weltkrieg gerade mit der Frontlinie und die sagen oh wir haben einen Eindringling anscheinend Alter ich weiß jetzt wie man diese Mission Stealth macht oh ha ich hab's grad gesehen lass dich mal fallen nein ich bin jetzt mega Stealth ey wieso kann ich nicht in den Büsche gehen ey das ist ja wieder mangelnder Realismus den ich hier wo wir von hier nicht einfach das Feuer eröffnen oh scheiße wir sind hier gedeckt wir sind hier voll in Deckung ey es ist voll OP ey die Position Better Nerf Achtung wir orten ENF Spuren auf dem Dach möglich dass man dort Minen in den Laserzimmer platziert hat Ah ok ich glaub hierfür brauchen wir tatsächlich die Infrarotsicht weißt du was ich probier's mal ja man sieht die Minen wenn man nachts sich Gerät anmacht das geht nochmal wie mit rechts mit nach oben da müsst ihr euch was besseres ah ja sollt ihr irgendwie aktivieren der Plug wir können auch einfach außen rum klettern hier ist nix wo müssen wir überhaupt hin wir müssen hier gar nicht rauf ok da unten sind wieder welche oder ne Alter wie sollen wir denn da hin lass das Pro Auge mal ein bisschen umher schweiben ah ich sehs ich sehs ich sehs da sind Gegnermassen ich übernehme den vorderen nur den hinteren hier sind auch Minen ne pass auf ich sehs wenn ich ihn unmittelbarer nähe ist ja auch kein Nachtsichtgerät sondern eher ein Radar ey eigentlich schon Nachtsichtgerät ok da hinten ist ne Miene pass auf ja ich weiß ich geh außen rum mal sehen ob ich mich an den Rand saufen kann mit Sicherheit hat der keine Miene? ne mit dem Miene ist echt nervig ey da hinten sind da hinten sind wieder Minen sind da da ist eine hier können wir nicht durch da ist ein Feuerlöscher der wird auch als weiß angezeigt können wir da drunter durch ne ne? einer du gehst bitte weg damit du mich wiederbeleben kannst ok ganz langsam geht? geht ah ok die machen Timer wenn du schnell gehst zünden die manchmal ich glaub die sind nur geschwindigkeitsgebunden ok oh shit in deinem Rücken könnte gleich was kommen versuch dich zu deffen ja ich bin im roten Bereich ja ja mach ihn da an alles klar puh es war knapp ich glaub man kann in diesen Miene entlang gehen man muss Vorsicht da ist eine du gehst auf eine zu ja ich seh es man muss nur langsam machen glaub ich soll ich mal ausprobieren? du bleibst in deffung nö hol mich wieder hoch so können wir die auch entschärfen ja im Kampfgetümmel vielleicht unpraktisch aber wenn es im Kampfgetümmel nicht ist dann geht das so ne probleme ja aber ist ein bisschen stressig ne? darum ist wieder eine mach du diesmal? ja ja geh mal weg ich bin außer Reichweite wo bumm ach ja ich bin unsterblich kein Ding kein Ding das ist bloß ne Miene ne? ist kein Problem das ist nur ne Fleischwunde guck dir ins Gesicht und blende dich ach der bist du ich kannte dich doch von irgendwo her mir war so ok hier ist der Hubschrauber müsste hier kommen IP-Signal? alter, wat? das ist für mich was war das nochmal für mich? das kommt mir bekannt vor oh oh ach jetzt nochmal verteidigen kenn ich irgendwo her machst du vorne? ich mach hier die Treppe ja ich versuch's scheiße kommen viele einfach auf Deffen ja ich versuch's brauchst nicht alle töten es geht nur darum zu überleben lol bumm ich komm schnell rüber scheiß auf alles ja echt ich bin am Boden töte ihn und dann holt mich wieder hoch alter, der steht direkt hinter dir kein Problem kein Problem ich bin tot holt mich wieder hoch fuck nein doch das hat funktioniert holt mich wieder hoch holt mich wieder hoch ich bin noch dabei ich bin noch dabei wir sind unbesiegbar Pro Technik los weiter Murm muss Muschi granate oh god die ist sogar ziemlich nah shit fuck ich lass grad dann zurück ich lass dich nicht zurück keine sorge Ah, hol mich wieder hoch Hol mich wieder hoch Easy Easy What? Ich will da rüber Oh, da war doch mal so ein Button entkommen Entkommen Nein 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 Ach komm Ich steh nochmal wieder auf Mann Was ist das für ne Kacke Jetzt mal ehrlich Wir haben das nur nicht geschafft, weil das gebackt hat Weil man nicht entkommen konnte Wenn man zu nahem Geländer ist Kann man eben nicht mehr entkommen Das ist es halt Das ist Realität Ganz nebenbei sind hier irgendwo Minen Ja, da vorne Wir müssen in die andere Richtung Ja, ich muss in die andere Richtung Ich entschärfe mal die Mine schon mal Oh, cool Die Flock Vergiss nicht, wenn du mich wiederbelebst und umgekehrt einfach Granate zu werfen Egal was für eine eigentlich Damit abgelenkt ist Wie wirft man nochmal die Granate Mit X Du musst aber auch eine angewählt haben, die nicht auf Null ist Also zwischen EMP und so weiter Mit nach links wechselst du die Kein Problem Stern nach Front Kein Problem Im PMP Die schießt Guck dir die an Ich muss mal eben mich regen Das hat mich ziemlich viel Leben gekostet Ich bin unbehandlungsunfähig Ich weiß nicht, was mich getroffen hat, aber es hat mich getroffen Ist kein Problem, ey Easy Ihnen Wir waren immer bei dir Was? Warum jetzt Ihnen? Erkennt dich Mein Charakter erkennt dich jetzt als Autorität an Ja So ist das So wie es sein muss, ey Äh, pass auf Das ist eine Mine Äh Okay Dann versuche ich es auch mal Durchrollen funktioniert Durchrollen funktioniert I don't give a shit Lass mich mal die Treppe nehmen Mit der anderen Seite komme ich nicht klar Die überrollen mich Ja Okay Der Pro ist doch relativ gnädig Was das angeht Händen sind auf dem Dach Wo ist das Taxi? Hubschrauber ist auf dem Weg Sichern Sie die Landezone Modak Da ist ja sogar ein riesiger Timer angemacht Wo? Ja da hinten an der Wand Was zur Hölle? Wie geht das? Ganz ehrlich Wie geht das? Oh Gott Und ich bin down Ja, geil Wirf eine Granate Ich schaff das noch Komm hoch Ich bin am Boden Wirf eine Granate Hol mich hoch Easy Was ist mit dir? Hammer Dass du da wieder rein rennst Wir haben uns gerade nicht gesehen Ne? Ja Und? Granate vom Gegner? Ich bin am Boden Oh Gott Nein Ich befall gleich um Ich muss eine Granate werfen Bin gleich tot Ich auch Bin am Boden Nein, ich auch Das gibt's nicht Den nehm ich noch mit Mann, das gibt es doch nicht Wir haben einfach eine Kackposition, glaube ich Da oben Wir brauchen irgendwas, wo wir uns besser verschanzen können Das gucken wir uns gleich einfach an, ja? Ich verballer meine Muni hier noch nicht Lack Es gibt keinen kommen Get down Deiner Regge Lade down, oder? Ja Such schon mal eine schicke Position, wo wir uns verschanzen können Warum? Macht ja nix Macht ja nix Ich hab die Mine entschärft Da kamen wir aus dem Nichts Sorry Da kamen wir aus dem Nichts Ich auch Ich wollte gerade in die nächste rennen, Alter Wir müssen das absprechen Ich hab da Ich mach ein Leuchtfeuer für die Gegner Die Leuchtfeuer, sie brennen Such mal mit nach einer Position, wo wir uns verschanzen können Bis die kommen Bis der Flugzeug Bis das Flugzeug da ist Ja, wie wär's hier in der Ecke Find ich nicht so schön, aber Weil wir dann mit einem Hellen sitzen und von da kommen die Gegner Ja, ich möchte eben im Hellen sitzen Ich nicht Hier ist zum Beispiel ganz gut Hier, guck mal Hier ich und du in die andere Richtung, wenn die um die Ecke kommen Hier ist ein ganz schmaler Durchgang Du quasi in die andere Richtung und ich hier Und wir kommen schnell zum Flugzeug Hubschrauber, wie auch immer Ja, aber du lebst da ziemlich gefährlich Ich weiß Ich nehm meine Pumpe und das passt schon Deine Pumpe ist ziemlich scheiße für die Position sogar Die kommen ja da hinten um die Ecke Wenn du willst, riechst du auf die Position, dann nehm ich die Das ist einfach allgemein scheiße, find ich Ja, wo willst du denn hin? Hier oben ist es zu offen Hier in der Ecke könnten wir kämpfen Guck mal hier, so, zu zweit Hier sehen wir, die kommen Allein zu zweit Hier doch Liebe Herr des Lebens Eine Liebeskomödie unter zwei Agenten Archer, Kestrel Der 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 Also Oder bleiben wir einfach hier Wir bleiben einfach hier Was war das? Ja, ich hab den gerade gerufen Wir bleiben einfach hier Scheiß auf Strategie Okay Wo kommt denn das Licht her? Da hinten Lass einfach keinen durch, ja? Ich bleib auf dieser Position stur, ich vertrau dir da Aha Oh Gott, er hat eine Granate in mich reingeworfen Alter Schwede Alles okay? Ja, noch Vorsicht, Granate Ich sichere diese Seite Wieder eine Granate So, diesmal war sie von dir Boah, alter Bin gleich down Hubschrauber ist da Und Was? Wieso geht das nicht? Entkommen Ja Ich bin weg Tschüss Und er hat mich runtergeschossen Was soll das? Muss man da hinrennen oder was? Ich bin handlungsunfähig Ich bin handlungsunfähig Ja Ich hab doch eine EMP benutzt Granate Granate Ja, ich Und ich kann uns natürlich Gib auf, Paddler Mann Es gibt es nicht Es gibt es nicht Wie kommt man da drauf? Ja Du musst Vor Dem Zaun Musst du A drücken Das darf Das darfst du nicht machen Und dann auf den Helikopter zielen, ne? Nein, du musst nicht auf den Helikopter zielen Du musst einfach nur in einem gewissen Abstand von dem Zaun da sein Sonst gar nichts Das ist kacke, ey Das ist richtig kacke gemacht Aha Ich stell mich auch dumm an, aber das ist kacke gemacht Ah, der ist ja gerade in die eigene Mine gelaufen? Ne, ich hab ne Ölfass gezündet Oh, shit Deutsche Eiche, deutsche Eiche fällt Hat er gerade Spasti gesagt? Schon gut Magazin leer Magazin leer Was? Ist egal, ich stimme dich hier aus der Deckung Den kleinen Schock zur Brust, den nimmt man doch gerne mit Gut, beim nächsten Mal wäre es mir vielleicht auch egal Was? Beim nächsten Mal wäre es mir auch egal Geil Der passt zu dir, ey Geil, mein Typ Achso, wie war das gerade eben, ja? Ja? Beim nächsten Mal wäre es mir auch egal Gieß dir ins Bein Der Typ sieht auch, als würde er da chillen, ne? Die Leiche da Ich opfer mich Alter Schwede, bist du ein Behindertes? Warum rollst du da lang, Mann? Lass mich dich doch opfern Alter, ich war vor dir Ich war vor dir und du rennst hinter mir in die Mine rein Ich bin nicht mehr konzentriert Mich schmicht mich throat, ist das Spiel zu hart Absoluter Omerhammer, was du hier abziehst Oh, ich wurde entdeckt Oh, lol Bia hits Ignorier mich Fuck Hat funktioniert Hat funktioniert Funktioniert alles Hat noch funktioniert Ich bin im Bürgerkreis Ich bin da rausgekrabbt, dann schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Dreh dich wieder auf! Kein Problem! Kein Problem! Was ist da los mit denen? Sind doch alle auf Cracken! Schön, ey! Schön! Wie sind das noch? Oh, easy! Ich entferne hier die Granate, ja? Mein Gott, roll doch einfach durch! Nee, das sehe ich nicht ein! Nur machen wir hier Panik und müssen hier flüchten gerade, weil die gegen uns brennen oder so, dann ist das kacke! Wenn wir keinen Weg haben! Wo man schnell durchkommt! Alter, wir kommen da sowieso nicht runter! Weißt du nicht! Es kann alles passieren in diesem Spiel! Aha! Das weißt du doch! Wie wäre es, wenn wir uns einfach hier hinten verschanzen? Hier! Hm! Wir können einfach, wenn wir das Signal schmeißen... Hier, guck mal, wir können hier auch sogar hochklettern! Okay! Dann runter! Ich muss auch noch mein Ding da werfen! Ich muss auch noch mein Ding da werfen! Hubschrauber ist auf dem Weg! Sichern Sie die Landeszone! Oh! Okay, ist schon sehr hell hier! Hammer! Was denn? Wie die mich hier einrennen hier! Wenn du es nicht mehr packst, sagst! Da! Da drüben! Hier kommt nix! Hier kommt nix! Gott! Noch alles okay? Nein, nicht ganz! Er wurde umgelegt! Bam! Fuck! Fuck! Raus hier! Warum folgst du mir dann? Warum gehst du da vor, Mann? Jetzt mal ernsthaft! Mein Gott, weil ich die natürlich ausschalten wollte! Ich wollte nur noch durch! Ich wollte nur Feuer auf die erzeugen, damit du hintenrum raus kannst! Ich wollte sie einfach direkt ausschalten, weil wir müssen sowieso die Bedrohung ausschalten! Nein, müssen wir nicht! Doch! Oder sie, weißt du, ich war schon dran, ne? Die schießen einen runter, wenn man da dran hängt! Lol! Ich hab da ganz normal durchgerollt, wieso das jetzt nicht funktioniert hat! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Wir müssen ruhig einsetzen! Da! Da! Der muss da drüben sein! Misch dich so an die Wandbappe damit, ey! Das ist ein Schusswort, erledigt sich! Los! Bewegung bewiesen! Wollen wir wieder auf der alten Position oder hier oder wo oder wie jetzt? Machen wir oben. Äh, unten war schon ein bisschen zu krass. Okay. Okay. Geh ich wieder auf die Position. Pirat. Was zur Hölle? Oh, lol. Erschieß ihn. Verstehen wir uns? Lol. Alles okay? Nein. Kommt noch so einer. Ich glaube, ich fall gleich um. Ich fall gleich um. Ich bin nur fast tot. Wir müssen das so machen, dass ich die EMP dann zünde und wir dann kommen. Okay. So, der Helikopter kommt jetzt. Nein, ich bin down. Und ein Granat ist bei mir. So, ich brauche einfach auch noch einer in der MP. Ich bin dran. Und? Was? Das war der perfekte Abstand, Mann. So, ich bin dran. Flieg weg, Mann. Ach Gott. Es kann doch nicht angehen. Ich bin dran. Wieder. Wie komme ich da? Ich... Ja, Mann. Jawoll. Da applaudiere ich für. Eww. 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 Eww.